Was passiert hier? Können wir ja schon mal eins haben, oder? Okay, das erste haben wir. Jetzt brauchen wir irgendwoher ne Kugel. Jetzt sind wir hier, das können wir noch nicht machen. Aber hier war doch noch irgendwo ein Auto. Sollen wir jetzt wieder drehen? Das ist eigentlich so gut. Das hier kriegen wir nicht. So, wir sind hier. Hier oben muss noch eins drauf sein. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir hierher gefallen? Okay. Tja. Ah. Irgendwo muss es noch ne Kugel geben. Die wir auch noch haben. Was passiert hier? Ja. 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 Wir müssen hier hoch. Ah, da sind die Diener drin. So, jetzt können wir eigentlich wieder umdrehen, oder? Lief genauso wie geplant. Wir müssen da hoch. So, jetzt müssen wir hier landen. Da kommen wir an die Kiste. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nirgends runterfallen. Das kann uns nämlich ganz schnell passieren. So, ich sehe das Ding, ich weiß bloß nicht. Da ist das Auge. So, da haben wir nochmal zwei. Ja, das kriegen wir hin. So, und die sind jetzt unten drin. Da drüben sehe ich noch eine Kiste. Da kann ich auch nicht runterfallen. Da oben ist nichts mehr. Und hier auch nicht. Ich traue mich, den jetzt nicht zu drehen, während ich hier rumlaufe. Hier ist nämlich überall Lava. So, das war der Eingang. Das ist bloß noch nicht, woher wer die Kugel gefunden hat. Ich weiß bloß noch nicht, woher wer die Kugel gefunden hat. Der muss ja irgendwo hier sein. Ein Ritterbogen. Für den haben wir aber keinen Platz. So, irgendwas muss doch hier jetzt noch gehen. Die sind hinten in den Beinen und am Schwanz. Wo ist die sind hier? Eins ist das mit dem Ball. Dann hätten wir das hier auch. Noch zwei Kontrollsiegel. Fehlt nur noch ein kleines bisschen. Und keine Feuerpfeile. das jetzt completes die Kugel. Das ist das mit dem whoever. Kistchen hätten wir, oder? Kistchen hätten wir, oder? Da sind unsere Pfeile. Wo kriegen wir hier die Kugel her? Das ist der hier und jetzt haben wir hier drüben noch was. Oh, ich habe hier drüben, oder? Das Problem ist, ich brauch's gar nicht. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt sitzen wir in der Patsche. Ja, das war's dann. Okay, uns fehlen noch zwei Sieben. Was? Das kann halt auch drin sein, das weiß ich halt nicht. Jetzt sind wir wieder normal. Ich brauch hier definitiv eine Kugel. Oh, was ist denn das? So, komm mal nicht weiter. So, ich nehme an den Weg nach dem 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 Weg nach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oder ich habe es einfach nur falsch gemacht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin mir gerade nicht so sicher Also irgendwas ist mit dem Stein, so viel weiß ich Hier macht er keinen Sinn Muss der Stein was aufhalten, was von hier oben runterkommt? Das ist halt nicht, was das sonst für einen Sinn macht Nehmen sich sie halt auch keine Kugel Nicht hier jetzt Woher kriege ich die Kugel? Ja? Ja?